Ja, Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julien Entertainment und ja Leute, heute ist ein Video entstanden, was wir halt ganz spontan nach unserer Prankaufnahme gemacht haben. Ihr müsst halt wissen oder ihr habt schon gesehen, dass wir halt die Kamera, die ich hier benutze, für mein Intro oder halt für Streamen, haben wir in verschiedene Positionen aufgebaut und bei einer Position bin ich einfach mal auf OMIT TV gegangen und hab die Leute mal lächeln lassen. Und wie das Ganze ausgesehen hat, seht ihr jetzt. Einmal lächeln bitte, einmal lächeln. Danke. Geil, Alter. So, bitte lächeln. Einmal in die Kamera bitte. Ja, sehr gut, danke. Viel besser wäre das, die Toilette macht, das kann man halt auch nochmal so lustig. Ich weiß, was ich meine. Ein richtiger Scheiß, Alter. So, ja genau, bitte lächeln, sehr gut. Ja, einmal in die Kamera. Ach, ein Freund. Jawoll, du bist drin. Oh, du bist ein Mädchen. Du bist trotzdem drin. So, bitte lächeln. Einmal lächeln bitte für die Kamera. Danke. Was für Leute, ne? So, einmal lächeln, einmal in die Kamera lächeln, bitte. Ja, genau, in die Kamera. Ja, das bringt nichts, wenn man in die Kamera lächelt. Ja, genau. Prima. Aber was ist das? Du siehst auch aus Stone aus, ey. Leck mir am Arsch. So, einmal lächeln bitte für die Kamera. Komm, zeig mir dein schönstes Lächeln. Ja, danke. So, einmal lächeln, bitte. Einmal lächeln, bitte. Ja, vielen Dank. Dankeschön, hier vorne, ne, ist die Kamera. Hier ist die Kamera, ganz genau. Danke euch. Direkt hier wohl da, schließlich. Einmal lächeln, bitte. Jungs, einmal lächeln. Komm, hier, hier vorne. Einmal lächeln. Dankeschön. Den Mittelfinger kannst du behalten, mein Freund. So, einmal lächeln, bitte. Hier vorne. Ja, ganz genau. Dankeschön. Sehr gut. So, einmal lächeln, wartet ganz kurz hier vorne. Einmal lächeln, in die Kamera gucken, bitte. Danke. Ja, danke schön. Wunderschön. So, einmal lächeln, bitte. Hier vorne steht die Kamera. Einmal lächeln, bitte. Ja, lächeln, danke. Nein, lächeln. Lächeln noch. Einmal lächeln, zeigt man die Zähne jetzt. Komm, ja, lächeln. Ja, 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 ja. Sie sind geistig behindert. So, einmal lächeln, bitte. Hier vorne ist die Kamera. Bitte einmal lächeln. Ja, genau. Danke. Hallo, bitte einmal lächeln. Hier vorne ist die Kamera. Bitte einmal lächeln. Danke. so einmal lächeln bitte hier vorne kamera einmal bitte lächeln danke danke schön hier vorne steht die kamera einmal lächeln bitte dankeschön wie viel dank so einmal lächeln bitte hier vorne die kamera bitte einmal ein lächeln ganz genauso gut einmal lächeln danke kommt wie einmal lächeln mitte hier vor nicht die kamera für euch ihr seid live und set jetzt einmal lächeln danke ja lächeln danke danke jungs einmal bitte lächeln hier vorne steht die kamera ja und lächeln zeigt mir deine zähne kommt den rauch weg einmal lächeln kommt ja 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 und ja ja kommt trotzdem ins internet danke so einmal lächeln bitte hier vorne steht die kamera einmal in die linse reingucken bitte zähne zeigen lächeln hallo ja genau ja genau danke danke einmal lächeln bitte hier vorne steht die kamera bitte einmal lächeln ja in die kamera gucken ja vielen dank jungs perfekt sehr gut einmal lächeln hier vorne steht die kamera ja ganz genau einmal lächeln ja danke einmal lächeln danke schön einmal lächeln mein freund hier vorne ist die kamera nur für dich du bist ja so ein schönling sehr gut mein freund danke ja aber das mädels einmal lächeln hier vorne steht die kamera bitte alle mal rein lächeln ja dankeschön schön auf die linse gucken hier nicht das klo beachten bitte nur um auf die kamera dankeschön ja lächeln ja sehr gut mädels danke ich hoffe auf jeden fall ich konnte euch ein bisschen belustigen mit diesem video vielen vielen dank an alle die mitgemacht haben ich war auf jeden fall sehr lustig ist meine andere art um mit tv video geworden aber auf jeden fall habe ich mich ziemlich kaputt gelacht während der aufnahme beim schneiden und ja leute ich feiere einfach dass ihr mich so supportet hier nochmal auch ganz ganz vielen dank an euch leute ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen freitagabend bleibt gesund bis zum nächsten mal euer julian entertainment ciao